Hey Leute, willkommen zurück zum nächsten Teil von unserem Langstreckenflug in die Karibik. Und zwar sind wir unterwegs von Amsterdam nach St. Marten mit diesem wunderschönen Dreamliner von KLM, einer Boeing 787-10 in der 100 Jahre Sonderlackierung von KLM. Ja, wir nähern uns immer weiter der Karibik. Am Horizont kann man jetzt aktuell hier noch nichts erkennen von irgendwelchen Inseln und so weiter. Aktuell ist in alle Richtungen nur mehr zu sehen, aber auf unserem Navigation Display, da ist schon eindeutig das Ziel zu erkennen. Aktuell zwar auf größer Zoomstufe mit 640 Meilen, aber wenn wir auf 23 heranzoomen, seht ihr in 23 nautischen Meilen haben wir schon Tango November, Charlie Mike, Princess Juliana International Airport, der Flughafen auf der Insel St. Marten. Also der eine von den zwei, da gibt es ja noch Grand Case, den Flughafen, aber der ist ja nicht für so große Flugzeuge ausgelegt wie Princess Juliana International, wo wir ja heute hinfliegen. So, ich habe die Simulationsgrade mal kurz jetzt hier für die Anmoderation auf normal gestellt. Machen wir es auch mal wieder gerade ein bisschen höher. Und werden auch in Kürze, würde ich mal sagen, den Sinkflug einleiten. Wir haben jetzt wahrscheinlich noch so, ja, um die 320 nautische Meilen zu fliegen. Etwas mehr werden wir gleich noch die Anflugroute reinfügen. Das machen wir jetzt auch direkt mal. Lassen wir uns deswegen mal auf Arrival gehen. Tango November, Charlie Mike, wir machen den Arnav Approach auf die Runway 1-0. Und mit der Dande Transition werden wir heute mal keine Star auswählen. Ich hoffe, das passt dann so, aber das sieht auf jeden Fall, ich hoffe, er fliegt gleich hier wieder Nedo und so weiter ab. Lassen wir mal kurz nach Dande gucken, was das jetzt ist, wo der Wegpunkt ist. Auf der Chart. Dande ist ganz woanders eigentlich, als wir herkommen. Warte mal, wir gehen mal kurz, probehalber mal kurz, nochmal Arnav, ne, nix Dande, einfach nur Arnav von Zero. Auch raus, so Uluba. Von. Arnav von Zero geht das auch. Jetzt fiel da wieder gar nichts aus. Oh, jetzt fiel da irgendwie, jetzt hat die Route ganz anders drin. Jetzt hat er alles irgendwie drin, haha. Warte mal, müssen wir kurz auf F-Plan gehen. Dann sieht man da vielleicht ein bisschen mehr. Hören wir mal, das ist aber noch Departure. Das bringt uns nicht so viel. Ich würde gerne eigentlich hier mal, dass der mal hier an das Ziel springt. Macht er nicht. Also nochmal, Arrival, Annav von Zero. Uluba One, Alpha Uluba One bringt uns eigentlich nicht viel. Wisst ihr was, sie nehmen jetzt einfach hier, Na, jetzt nehmen wir nochmal raus. Die Frage ist halt nur, wie fliegt der dann? Vielleicht, warte mal, was wir auch machen können, das wäre eine Möglichkeit, dass wir jetzt einfach selber die Punkte einfügen. Das müsste auch mal dann, wenn das nicht, ich weiß nicht, wie wir das machen mal. Annav von Zero. So. Jetzt hat da was drin. Annav von Zero. Ist das jetzt auch in der Route eigentlich drin? Na, irgendwie nicht so ganz. Ich kann es nämlich auch nicht executen, das ist das Problem. That's the problem. Oh, jetzt hat er alles wieder drin. Ich bin nur Annav, Annav von Zero. Nehmen wir halt dann die Transition, aber das kann man, ah, jetzt. Gehen wir mal NextPages, kann man es nämlich aktivieren, genau. Na ja. Kann es auch nicht executen. Dann lassen wir es mal wie folgt machen. Dann müssen wir alles wieder raus, damit bla bla bla. Dass es da auch nicht so komisch aussieht. So. Lassen wir es mal folgend ausprobieren. Wir gehen mal auf Route. NextPage. Next, next, next. Das ist ganz ans Ende. Nimm ich nach Nolo. Würde ich gerne nach Ottmod fliegen. Mal gucken, ob das jetzt geht. Vielleicht können wir die so selber eingeben, indem wir einfach die Punkte angeben, die wir dann da fliegen wollen. Müssen halt dann dementsprechend selber sinken. Wir können jetzt schon mal, würde ich auch sagen, langsam mal den Descent einleiten mit einem Vertical Speed von 1000. Und gehen erst mal auf Flight Level 100 runter. Ganz gemütlich. So, Ottmod wollte er nicht. Nochmal. Ott. Mod. Hallo, Kollege. Können wir das auf der LexPage vielleicht einfügen. Ott. Mod. Oh, was ist das denn? Mal holen wir mal einen anderen Punkt Avaki aus. Das wäre noch ganz nett, wenn der wenigstens gehen würde. Alpha, Victor, War, Key. Oh, Mann. Mann. Ja. Das finde ich halt ein bisschen schade an den ganzen Bolt Computern. Da ist irgendwie... Ja, so richtig funktionieren die... Dinge halt nicht so ganz zuverlässig. Sonst halt mega cool, dass wir den nutzen können schon. Aber... Wenn er halt mal zuverlässig funktionieren würde. Eigentlich müsste das so normal funktionieren. Ich gebe den... Das ist ja wie hier, als ob ich jetzt eine Flugroute eingebe. Dass ich hier einfach den Zielpunkt eingebe. Probieren wir das nochmal bei Departure Arrival. Anna von Zero. Route. Ich kann nicht mal executen, das Ganze. Können wir einen Moment warten. Das ist halt auch nicht mal da. Hat hier im Prinzip auch nichts getan. An der Anflugroute. Jetzt ist das aber alles... Das ist halt nur so gelb drin. Na, wir gucken mal. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Notfalls müssen wir das selber über Headings sonst irgendwie so dahin fliegen. Und da soweit die wir dementsprechend raus und so weiter kriegen. Kriegen wir das schon irgendwie hin. So. Normalerweise würde der Anflug so verlaufen. Wir fliegen dann Monolo ab. Monolo verlassen wir Richtung Oddmod. Mit einem Heading 259er dann halt in dem Fall. Bis Oddmod. Müssen wir gucken, wie wir das finden. Wie kriegen wir das hin, weil wir das halt weit genug raus sind. Fliegen dann links Heading 185. Bis wir im verlängerten Enderflug von der Piste 1.0 sind. Und würden dann halt auf dem Arnauf-Profil sinken. Eilers gibt es ja da nicht. Genau. So würde das Ganze ablaufen. Jetzt will er halt die Route nicht rein haben. Na gut. Gucken wir mal in den Reference für Approach. Wir landen mit Klappen voll. Oh jetzt. Wieso geht der denn jetzt in Overspeed? Achso. Haha. Wir müssen mal vielleicht hier mal ein bisschen weniger Schub reindrehen. Können wir denn jetzt hier wenigstens... Hier geht es jetzt auch wieder nicht mit dem Umschalten auf. Mach und Indicated Airspeed. Machen wir mal weniger Decentrate. Also mal geben wir mal die Spoilers kurz. Zack. Kurz mal hart durchgreifen. Gucken wir mal gucken. Was können wir hier eindrehen minimum? Kann auf jeden Fall mal ein bisschen Speed reduzieren. Naja. Auf jeden Fall irgendwie kriegen wir den Approach schon hin. Ist nur schade irgendwie, wenn es jetzt halt nicht ganz so klappt. Dass man den schön einfügen kann und so. So. Sehen wir denn mittlerweile schon mal irgendwas? Ja. So ein bisschen am Horizont da hinten. Oder sind das wahrscheinlich nur Wolken? Genau. Überall erstmal nur mehr um uns drum herum. Genau. Das heißt wir verlassen aktuell Mnolo mit einem Heading. Weil wir das wie gesagt... Wir werden das nicht einfügen. Wenn ihr irgendwie wisst, woran das man da vielleicht anders machen kann, dass er das mal macht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Genau das mit dem Indicate Airspeed finde ich schade. Es klappt hier genauso wenig wie bei der 747. Und der braucht trotz der geringen Sinkrate heftig an Geschwindigkeit auf. Ist ja auch irgendwie nicht ganz normal. Ich muss sagen, am liebsten fliege ich aktuell noch mit der M320 Neo. Aber mit dem komme ich irgendwie am besten von allen zurecht. Da klappt das irgendwie auch alles so, wie ich mir das immer vorstelle. Hier ist es immer... Ja, hier ist es immer so weniger. Na ja, also dass es so klappt. So, guck mal. Speedbreak geht da drin. Er baut immens Speed auf. Das gibt es da nicht. Bei einer Sinkrate von 1000 Fuß dürfte das eigentlich jetzt nicht der Fall sein. Na gut. Irgendwie kriegen wir den Flieger schon noch in den Griff. Das werden sie sich ja runterkriegen. Das ist immer nur ein bisschen schade, wenn halt dann nicht alles so ganz so klappt, wie man sich das vorstellt. So, wir können schon mal Autobreaks einstellen auf 2. Genau, wir haben ja jetzt leider die Route kein bisschen drin. Genau, man würde halt in Avaki, dann würden wir Leser fliegen, bis den Marpon, was der Mr. Approachpoint ist, so ungefähr 2 Meilen vor der Piste. So, dann gucken wir uns in das Niedrigste an. Hier können wir aber wenigstens auch mal ein bisschen langsamerere Speeds eindrehen. Als noch bei der 747. So, ziehen wir ruhig mal auf 250 schon mal. Ne, hab ich ja schon ein bisschen weniger als 250. Ha. Das ist 250. Ungefähr. So, Naidu kommt in 27 Meilen. Gucken wir nochmal, möchte er vielleicht jetzt. Ich will ja nicht, wie die NDB oder Vior Approaches aussieht, aber ich würde halt gerne den Ana fliegen. Gucken wir mal kurz, Vior. Ja. Also nicht so, wie ich sie gerne. Wir könnten mal den Vior Sulu ausprobieren. Vior Dimi Sulu Approach. Problem ist einfach, ähm, ja, ich kann nicht so viel aktivieren, wie ich will. Das ist irgendwie komisch. Jetzt hat er dazu irgendwas komisches drin. Wir gucken mal. So, jetzt hat er, jetzt hat er jetzt einen Vertical Speed auf Null gesetzt. So, jetzt geht's wieder. Ja, fliegen wir jetzt mit Headings dann raus. So, sieht man mittlerweile was. Am Horizont. Da hinten ist eine leichte Erhebung. Da ist auch ein bisschen Festland. Wie viele Meilen sind es denn noch? Jetzt sind eigentlich 50 bis Mon, bis Monolo. Das ist dann auch. Ich fände jetzt gerade der Name von der Insel nicht ein. Nebendran. Wir fliegen nämlich über die Nachbarinsel drüber. Mal gucken auf Maps. Anguila, genau. Anguila, die Nachbarinsel, der liegt dann auch dieser Punkt um Nullo drüber. Da sehen wir dann nicht direkt über dem drüber etwas davor. So, Flight Level hat er gleich, aber er hat wieder, wie hat er denn jetzt hier so viel Speed drauf? Er hat immer weniger eingedreht. Genau, der liegt kurz vor der Insel Aguila. Ne, Aguila, ich hab mich schon ganz viel rum. Nicht Aguila. Anguila, genau. Ich hab mich schon ganz viel rum. Ich heißt doch nicht Aguila. Seinen Namen hab ich schon mal gehört, aber er heißt nicht Anguila, sondern Aguila. Nicht Aguila, sondern Anguila. So, genau. So, die ist nämlich direkt da vorne und dann links haben wir da San Martin jetzt schon in Sicht. Wir fliegen jetzt übrigens aktuell auch bei Live-Wetter. Hab ich mal umgestellt. Nicht mehr auf das, was wir davor hatten. So, und jetzt Live-Wetter. Dann haben wir ja auch gerade den San Martin. Wunderbares Wetter. Fast 30. Sind auf jeden Fall für die Landung auf den Äh, da kurz. Sieht ja auch fast keine Wolken. So, gehen wir mal weiter runter. Wir kommen da schon auf 1600 Feet da mal so runter. Gehen wir mal auf 5. Ruhig mit 1000, das reicht ja. Dann sind wir gut dabei. Ja, den Speed ignorieren wir jetzt mal. Den können wir am Ende hoffentlich noch gut abbauen können. So, jetzt fliegen wir auch gleich im No-Loot rüber. Das habe ich gesagt von Heading. 2, 5. Wo sind wir gerade rechtzeitig mit dem Heading hier gleich? Ah, komm. Heading Select. 2, 5, 9er. Also machen wir 2, 5, 9er. So. Über Heading Select. Genau. So, hier haben wir jetzt Angela, fliegen wir genau drüber und hier links dann Martin und da vorne dann den Flughafen Princess Juliana International League, wo ich wie gesagt von Airworthy Design, so müssen glaube ich das Entwicklerstudio heißen, das Add-On benutze, was mir von SimMarket hier für das Let's Play zur Verfügung gestellt wurde, da von der Stelle auch vielen dann ganz SimMarket. So, jetzt haben wir gleich die 5000, jetzt bin ich mal gespannt, wie er gleich mit der Höhe rummacht, aber das erhöhe ich mit dem Speed, dann ruhig mal Simulationsrate ein bisschen niedriger, nochmal niedriger, jetzt haben wir sogar normale Simulationsrate, so man könnte nochmal rein Interessenhalber Ana von Zero einfügen, da seht ihr die Punkte, Awaki brauchen wir, wir bräuchten zwar nicht Dande, weil das wäre da hinten, wir bräuchten halt, ähm, manolo als Transition, weil wir von dem halt kommen, aber ich würde gerne dieses Awaki drin haben. Aber wir, ach, genau, ach, ich habe, ich habe eine Idee, wir fliegen jetzt einfach, da haben wir es ja jetzt indirekt drin, wir fliegen jetzt einfach über Heading weiter, wir haben ja die Punkte jetzt hier drin und können uns ja einfach an denen jetzt orientieren. Problem gelöst, sag ich dann mal, so, das haben wir sozusagen jetzt gelöst.